Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, jetzt starten wir mittlerweile schon die dritte Aufnahme-Checks. Ich will euch endlich mal einen Gewinn mit Check-Checks zeigen. Überraschung, da bin ich wieder. Es ist eine Qual heute, wie das einfach leuchtet. Oh nein, ich verspüren gerade meine gesamte Pause zwischen meiner Arbeit. Ich habe mich tatsächlich damit verschwenden, eine einzigste Aufnahme zusammen zu bekommen. Gerade in der letzten Aufnahme hatte ich am Anfang eine 4 zu 0-Score. Dann hatte ich einen 1 vs. 1, dann waren wir bei 5 zu 1. Und ab dann ist es nur noch abgefallen. Ähm, ist es nur noch abgefallen. Und warst du je in Wage. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Und einen hatte ich einen 9 zu 10-Score und wir haben natürlich verloren. Wir hatten einen Shogard auf der Mitte, der hat natürlich gar nichts zustande gebracht gegen LeBlanc. Dann hatten wir auf der Bot einen Velcos als Gegner, der hat sie alle gekillt. Und dann hatten wir auf der Top einen Renekton Firstheim gegen eine Fiora. Es wird eine Fiora im Gegner-Team und wir hatten LeBlanc im Gegner-Team. Uh, eine Caitlyn mit Gewehr. Los geht's! Lass, 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 lass. So, gleich soll das losgehen. Darada- Hat aber gesagt das ist ein aesthetic. auch nicht mit mir einfach so jetzt bin ich jetzt geht es los und das fängt wieder ganz okay an jetzt gehen wir kurz zum red bar von den kommen wir hier push extrem und auch die mit push das heißt da kann man auch nicht gänken gerade auf ich freue mich wenn ich irgendwann mal in einem level kommen sollte wo menschen verstehen die pushen bis zum tor des gegners und sagen dann hier ich hatte ich vorhin auch schon wieder mit jacks erstes blut level 2 level 2 da bin ich wieder so los geht hier wurde auch schon wieder nicht gewordet das sind mir immer die liebsten die es nicht hinkriegen ich bin doch schon da das ist nicht so momentan wie ich mir gehofft habe um zu lang zu laufen gebraucht gerade ich bin doch gleich oben mein gott aber ich muss was mir hier kommt zu helfen damit ich nicht gleich wieder runter bereits für den kampf meine fresse kann es auch übertreiben so so hauen wir uns das los geht's weil wisst ihr wenn man einmal gankt wurde gleich oh mein gott ich schaff es nicht bin so schlecht ein verbündeter wurde getötet das ist schon das triste game in dem irgendjemand pusht weil ja es für nötig hält ja genau muss noch ich meinen anderen auf dem top hatte, sondern mich erstmal um die bot gekümmert habe, bin ich jetzt der Loop-Jungler? Genau so ist es natürlich. Steht ja völlig außer Frage. Natürlich ist der Jungler sofort... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Boah, war das knapp, ey. Natürlich ist sofort der Jungler dran, das wäre ja auch Schwachsinn. Wenn man einfach einen Tower sicher spielt, meine Art ist jetzt so stark angekündigt. Aber, na gut. So, dann gehe ich jetzt auf die Ninja. Ja, ich glaube, Ninja-Tapis erstmal. Überraschung, da bin ich wieder. Dann habe ich jetzt mal eine ordentliche Geschwindigkeit, obwohl nicht mal 400 ist auch nicht gerade viel. Aber es ist wenigstens etwas und dann soll ich... Genau, genau das meine ich. Du sprichst weiter gegen einen Atrus, den du auf jeden Fall nicht besiegen kannst. Los geht's! Ein Schlag! Im besten Tower-Kick, der im Tower bleibt noch nicht. Das ist das lustigste. Reite den Kampf! Ich werde nicht an Vorwand bleiben, das kannst du wissen. Okay, jetzt ist es los. Ich helfe dir nicht, jetzt sage ich dir gleich. Ich helfe dir nicht, jetzt sage ich dir gleich. Ja, ich bin der Noob, genau. Genau, ich bin der Noob. Lass mich auf sie los! Ich bin doch gerade der, der in die Tower gerannt ist. Okay, report mich. Alles schön. Los geht's! Habt ihr alle gesehen, dass ich gerade in die Tower gerannt bin, alleine? Obwohl der Jungler sich zurückgezogen hat? Oh, ich bin der Noob. Oh, ich bin der Noob. Oh, das ist so alt, das kann ich zeigen. Oh, das ist so alt, das kann ich zeigen. Oh, das ist so alt, das kann ich zeigen. So, okay, dann holen wir uns jetzt gleich mal... Das war jetzt ein bisschen doof, dass wir gleich zwei um die Ecke gekommen sind. Das hier? Oh, man, am fucking no problem. Es funktioniert wieder super. Also ich habe jetzt einen Death, Den Kill von der Noob Stop. Jetzt geht er ja noch weiter. Das ist ein bisschen ungefallen. So, Masse Yi, 0 zu 4. Die Noob ist auf jeden Fall ordentlich. Was soll ich jetzt dagegen sagen? Ich könnte jetzt sagen, Play safe, Stopp Feet. Noob Yi. Ich würde mir im Endeffekt nichts bringen, so wie der schon rumspampt, weiß ich ganz genau, dass er nicht darauf reagieren wird, wenn ich jetzt irgendwas sage. Darum lasse ich es einfach gleich bleiben. Ich versuche, Level 7 zu werden und dann mache ich den Dragon und dann hoffen wir einfach mal, dass der hier nicht sehr funktioniert, dass wir das dann haben. Genau so zum Beispiel. Lasst mich auf Sie losen. So, wenn wir mal in Verstand einsetzen. Was hast du da? Überraschung, da bin ich wieder. Ich bin auch noch der, was lieben Misty. Ich habe vorhin mal viel versucht zu ganken gerade. Er würde halt sehr tankig gehen am Ende, ne? Und wir haben keinen Tank. Ich werde da so als Tank spielen müssen. Ich werde da so als Tank spielen müssen. Oh mein Gott, es ist genannt, Bruce. Das wäre jetzt echt der Moment, wo du helfen müsstest. Och komm schon, Gatelyn. Ich dachte, ich kann ihn noch stunnen und wegrennen. Naja. Gut, das geht natürlich jetzt wieder super los. Aber wir haben auch mal viel. Ach, wir haben auch mal viel. Ach, wir haben hier und wir haben mal viel. Das heißt, wir haben doch einen Tank. Das gefällt mir. Das ist doch mal ein ordentlicher... Wer ist das nicht? Ey, die sind wunderschön. Und da. Wenn sie beim nächsten Mal hilft, dann... Ich glaube, ich habe das gerade nicht so gesehen, aber ich glaube, die sind ja weggerannt. Jetzt geht es los. Ja genau, das sind diese Kinder, die einfach nichts einsehen können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, ich habe es nicht höflich zu entschuldigen, dass sie sich normalerweise normalerweise... Okay. ...kommt dann sowas wie Thank You zurück oder der Jungler ist schuld. Oder der Jungler erst einmal gestorben ist. Leute, ich könnte echt ein bisschen... Was ist denn mit dem Red Button? Ich kriege den heute nicht gefasst. Leute, die ich bräuchte, ihr helfen. So, das ist jetzt vergessen. Ich bin jetzt nicht so, dass sie nicht so gesehen haben. Komm, hilf dich, bitte, komm schon, ich bin nicht meines Großes. Ey, da rennt doch nicht doch irgendwie dumm. Also, komm schon, komm schon, komm schon. Na, also gut. Ey, es ist echt wunder, wenn er den nicht mehr geklickt hätte. Jawoll. Botlane ist gefiltert. Wunderschön. Reiz für den Kampf. Dann gebe ich jetzt auf die Botlane nach, dass da nichts mehr passiert, dass da kein... Atrox. Machst du hier halt einen Kill, oh mein Gott. Das stirbt gleich wieder. So. Dann stirbt er, dann stirbt das hier, das hier, das hier, das hier. Dann kommt wieder der Marquette hoch. Den hol ich mir jetzt. Na mal viel, kleiner Ohm. Freunden an dich, ja. Was? Was? Das war jetzt 1-2-1, dann freue ich mich wenigstens mal an der Spiegel. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Wie ist das? 5. Mal gestorben? Was auch sonst? Alter, wir können niemals gegen Arthogs das Gamecarry. Wir sagen, das ist viel zu niedrig im Lekt. Das greift doch an, ey. Die kann man nicht sagen. Okay. Lasst mich auf sie los. Du bist reingestuckst in der Alter. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich will nicht so wie ich bedränge, dass ich gerade reingewirkt habe. Ich länge da ungefähr 10 Stück oder so. Bereit für den Kampf. Ich würde da nicht stehen bleiben an seiner Stelle. In der Seite ich länge da runterkommt bis zum Auto. Ich länge da runterkommt bis zum Auto. Du findest noch ein paar Mal. Du kannst dich auch mal inwirkungen. Was ist das? Du kannst dich auch damit.